Hansi Hinterseer, vollständiger Name Johann Ernst, Hansi. Hinterseer, geboren am 2. Februar 1954 in Kitzbühel, Österreich, ist ein berühmter Country-Sänger, Schauspieler und ehemaliger Skifahrer. Sein Leben war eine beeindruckende Reise, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in Kunst und Musik. Hansi Hinterseer wuchs in einer Familie mit Skitradition auf. Sein Vater, Ernst Hinterseer, war ein berühmter Skifahrer und gewann bei den Olympischen Winterspielen 1960 eine Goldmedaille. Schon in jungen Jahren brachte ihm sein Vater das Skifahren bei und zeigte, dass er in diesem Sport hervorragende Leistungen erbringen konnte. 1972, im Alter von 18 Jahren, gewann Hansi Hinterseer die Jugend-Ski-Europameisterschaft und wurde schnell in die österreichische Nationalmannschaft berufen. In den 1970er Jahren erzielte er große Erfolge bei internationalen Skiwettbewerben, darunter den Gewinn der Silbermedaille bei der FIS-Ski-Weltmeisterschaft 1974. Nach einer Verletzung beschloss Hansi jedoch, sich vom professionellen Skisport zurückzuziehen, um seiner anderen Leidenschaft nachzugehen, der Musik. Nach seinem Rücktritt vom Sport begann Hansi Hinterseer seine musikalische Karriere mit einem typisch alpenländischen Country-Musikstil. Er wurde schnell für seine warme Stimme und seinen intimen Auftrittsstil berühmt und zog eine große Anzahl von Fans an. Seine 1994 erschienene Debüt-Single »Du hast mich heute noch nicht geküsst« war ein großer Erfolg und der Startschuss für eine fulminante musikalische Karriere. In den nächsten zwei Jahrzehnten veröffentlichte Hansi Hinterseer Dutzende Alben und viele Hit-Singles und gewann damit Fans in Deutschland, Österreich und ganz Europa. Lieder wie »Hände zum Himmel«, »Amore mio« und »Ich hab dich einfach lieb« wurden zu Klassikern der alpenländischen Country-Musik. Hansi ist nicht nur als Sänger bekannt, sondern auch als vielseitig talentierter Künstler mit schauspielerischen Fähigkeiten. Er hat in vielen Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt und dem Publikum Freude und Lachen gebracht. Privat ist Hansi Hinterseer ein vorbildlicher Familienvater. Er heiratete Romana Hinterseer und die beiden haben eine Tochter namens Laura. Die Familie war für ihn während seiner gesamten Karriere immer die größte Quelle der Ermutigung. Hansis Tochter Laura ist immer an ihrer Seite und unterstützt ihren Vater in jeder Lebensphase. Seit ihrer Kindheit bewundert das Mädchen ihren Vater und erscheint oft mit ihm bei wichtigen Ereignissen. Die Zeit wartet jedoch auf niemanden. Kürzlich wurde bei Hansi Hinterseer eine altersbedingte Erkrankung diagnostiziert, die seinen Gesundheitszustand erheblich beeinträchtigt hat. Die Symptome dieser Krankheit führten dazu, dass er viele künstlerische Aktivitäten einstellte und darüber nachdachte, seine Karriere früher als geplant zu beenden. Für jemanden, der wie Hansi immer aktiv und leidenschaftlich ist, ist das wirklich ein großer Schock. Auch seine Tochter Laura machte sich große Sorgen um die Gesundheit ihres Vaters. Sie ist immer an seiner Seite und kümmert sich um ihn, wann immer es nötig ist. Laura fürchtete den Tag, an dem sie ohne ihren Vater an ihrer Seite leben müsste. Obwohl sie stets an den medizinischen Fortschritt glaubte und hoffte, belastete sie stets die Sorge um die Gesundheit ihres Vaters. Hansi Hinterseer war schon immer für die Liebe und Treue seiner Fans bekannt. Selbst als er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, unterstützten ihn seine Fans stets und schickten ihm herzliche, aufmunternde Worte. Seine Auftritte ziehen immer noch ein großes Publikum an, das seine Beiträge zu Musik und Kultur schätzt. Trotz gesundheitlicher Probleme behält Hansi Hinterseer eine optimistische und liebevolle Einstellung. Er glaubte immer, dass Musik Menschen heilen und ihnen Freude bereiten könne. Er komponierte und nahm weiterhin neue Lieder auf, obwohl er nicht mehr so oft auftreten konnte wie zuvor. Hansi hofft, dass seine Werke für immer in den Herzen der Fans weiterleben und zukünftige Generationen von Künstlern inspirieren. Das Leben und die Karriere von Hansi Hinterseer sind eine Geschichte von Ausdauer, Leidenschaft und Liebe. Vom talentierten Skifahrer zum berühmten Countrystar hat Hansi tiefe Spuren in den Herzen der Öffentlichkeit hinterlassen. Obwohl sein Gesundheitszustand nicht mehr derselbe ist, werden die Liebe und Unterstützung seiner Familie und seiner Fans immer seine größte Ermutigung im Kampf gegen die Krankheit sein. Hansi Hinterseer ist ein Symbol für Ausdauer und unerschütterliche Leidenschaft. Sein Leben beweist, dass Liebe und Enthusiasmus immer das Licht sein werden, das uns den Weg zur Überwindung aller Schwierigkeiten erhält. Egal wie viele Schwierigkeiten und Herausforderungen wir erleben. Neben seiner Musikkarriere ist Hansi Hinterseer auch als Schauspieler und Fernsehmoderator bekannt. Er hat an vielen Film- und Unterhaltungsprogrammen teilgenommen und tiefe Eindrücke in den Herzen des Publikums hinterlassen. Der Film »Da, wo die Berge sind« ist eines seiner herausragendsten Werke und erzählt dem Publikum emotionale Geschichten über das Leben und die Liebe inmitten der majestätischen Alpen. In der Fernsehbranche hat Hansi Hinterseer viele berühmte Sendungen moderiert und dem Publikum dabei geholfen, die Kultur und die wunderschönen Landschaften Österreichs besser zu verstehen. Sendungen wie »Hansi Hinterseer – Traumpfade der Alpen« bescheren dem Publikum wunderbare Erlebnisse und erholsame Momente mit der Familie. Hansi Hinterseer ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein mitfühlender Mensch. Er beteiligt sich an zahlreichen Wohltätigkeits- und Sozialaktivitäten und trägt so wesentlich dazu bei, das Leben von Menschen in schwierigen Umständen zu verbessern. Von der Teilnahme an Wohltätigkeitsshows bis hin zu Spenden und der Unterstützung gemeinnütziger Organisationen zeigt Hansi stets Fürsorge und Liebe für die Gemeinschaft. Eine seiner bemerkenswertesten gemeinnützigen Aktivitäten ist die Teilnahme und Unterstützung von Programmen zur Unterstützung schwerkranker Kinder. Hansi Hinterseer glaubt, dass Musik Kindern, die mit Krankheiten kämpfen, Freude und Hoffnung bringen kann. Er besucht regelmäßig Kinderkrankenhäuser und tritt dort auf, um den Kindern glückliche und bedeutungsvolle Momente zu bescheren. Obwohl sein Gesundheitszustand nicht mehr derselbe ist wie zuvor, bewahrt sich Hansi Hinterseer immer noch eine optimistische Stimmung und liebt das Leben. Er verbringt mehr Zeit mit Familie und Freunden und genießt friedliche Momente mit seinen Lieben. Hansi komponiert und nimmt weiterhin neue Lieder auf, auch wenn er nicht mehr so oft auftreten kann wie zuvor. Seine Tochter Laura Hinterseer war ihrem Vater stets eine starke Stütze. Sie sorgt sich nicht nur um seine Gesundheit, sondern beteiligt sich auch aktiv an den Musik- und Wohltätigkeitsprojekten, die er durchführt. Laura hofft immer, dass ihr Vater mit der Liebe und Unterstützung ihrer Familie und Fans alle Schwierigkeiten überwinden und weiterhin allen Freude bereiten wird. Hansi Hinterseer ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch eine kulturelle Ikone mit weitreichendem Einfluss. Seine Lieder spiegeln nicht nur die Schönheit der Alpen wider, sondern vermitteln auch Botschaften von Liebe, Liebe, Ausdauer und Leidenschaft. Das Vermächtnis, das Hansi Hinterseer hinterlässt, liegt nicht nur in den Auszeichnungen und Titeln, die er errungen hat, sondern auch in der Liebe und Treue seiner Fans. Seine Shows sind immer voller Publikum, das nicht nur zum Musikhören kommt, sondern auch, um besondere Momente mit einem Künstler zu teilen, den sie lieben. Das Leben und die Karriere von Hansi Hinterseer sind eine Geschichte von Ausdauer, Leidenschaft und Liebe. Von einem talentierten Skifahrer gelangte er erfolgreich in den Bereich Musik und Kunst und wurde zu einem berühmten Country-Musik-Star. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen bleibt er stets optimistisch und leistet weiterhin seinen Beitrag zur Kunst und zur Gemeinschaft. Hansi Hinterseer war ein Symbol für Ausdauer und Begeisterung und das Erbe, das er hinterlassen hat, wird in den Herzen seiner Fans für immer weiterleben. Mit seinem Beitrag und den Spuren, die er hinterlassen hat, wird Hansi Hinterseer immer ein unverzichtbarer Bestandteil der Weltmusikkultur sein. Egal wie viel Zeit vergeht, seine Melodien und Geschichten werden auch künftige Generationen inspirieren und Freude bereiten. Die Karriere von Hansi Hinterseer ist nicht nur eine Erfolgsserie, sondern auch eine emotionale und bedeutungsvolle Reise. Seine Beiträge zu Musik und Kunst sowie seine Beiträge zur Gemeinschaft haben das Bild eines Künstlers geschaffen, der Respekt und Bewunderung verdient. Wir können von seinem Geist und seiner Leidenschaft lernen und hoffen, dass die Werte, die Hansi Hinterseer mitbringt, auch in Zukunft viele Menschen verbreiten und beeinflussen werden. Derzeit lebt Hansi Hinterseer ein friedliches und einfaches Leben in seiner Heimatstadt Kitzbühel, Österreich. Auch wenn er sich hinter die Bühne zurückgezogen hat und nicht mehr oft auf der Bühne steht, bewahrt er sich dennoch einen optimistischen Geist und eine Leidenschaft für Musik und das Leben. Die Gesundheit von Hansi Hinterseer ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Thema geworden. Nachdem bei ihm eine Alterskrankheit diagnostiziert wurde, litt er häufig unter Symptomen, die es schwierig machten, eine künstlerische Karriere aufrechtzuerhalten. Häufige Schmerzen und Müdigkeit zwangen ihn vorübergehend, seine Aktivitäten einzustellen und sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. ...mal zum Mentimeter gehen. Ich höre dich noch nicht, jetzt bin ich noch laut und du leise. Also die höchstgeranktesten Fragen, die haben wir jetzt so. Es war noch die Frage nach den didaktischen Tools. Da haben sich einige noch konkretere Beispiele gewünscht. Die Kollaboration haben wir angesprochen, den Rahmenlehrplan auch genau. Dann Feedback und Lernstandsbeurteilung interessiert einige. Und auch, wie man bei personalisierten Lernen dennoch so ein Gemeinschaftserlebnis in der Klasse erreichen kann. Das interessiert noch einige. Und eine Frage auch, wie lassen sich digitale schulisch angeleitetes Lernen zu Hause und Präsenzunterricht motivierend miteinander verknüpfen? Vielleicht... Okay. Das erst mal. Ja, dankeschön. Das sind doch für die letzten paar Minuten noch ein paar Brocken. Ich suche gerade meine Referenten. Simon und Micha. Ja, ich weiß, ihr seid da. Wunderbar. Ich würde tatsächlich euch entscheiden lassen, wozu ihr gerne noch was sagen wollt. Ich habe nur eine Bitte, die Tools. Vielleicht könnt ihr ja auch auf eine Liste verweisen oder auf eine Anlaufstelle. Ich fange kurz an. Oder, Simon? Oder du hast gerade Luft geholt. Willst du sagen? Nein, nein. Alles gut. Nein, nein. Okay. Ich will eine Sache noch kurz sagen, weil ich das gerade im Chat gelesen habe. Ich bin kein... Also da steht hier, Fred Schnell und Herr Busch sind Lehrer am Gymnasium und da ist das ja alles anders. Das möchte ich einmal kurz klarstellen. Ich bin nicht Lehrer an einem Gymnasium. Ich bin Lehrer an einer Stadtteilschule. Das ist eine inklusive Schule und wir haben eigentlich in jeder Klasse bei uns Schüler mit Förder- und erhöhtem Förderbedarf. Also wir sind kein Gymnasium. Das war mir jetzt einmal wichtig, das zu sagen. Ich könnte kurz was zu Feedback sagen vielleicht. Das war ja, glaube ich, ein Punkt. Ich finde Feedback unglaublich wichtig und zwar in alle Richtungen. Also das heißt, ich gebe ja als Lehrer meinen Schülerinnen und Schülern oft ein Feedback, ob sie das wollen oder nicht. Auch auf verschiedenen Kanälen und in verschiedenen Formen. Ich finde es wichtig, dass sich Lehrerinnen und Lehrer auch Feedback einholen von ihren Schülerinnen und Schülern. Das kann man natürlich irgendwie im Raum machen. Also indem man einfach sagt, hier, wie findet ihr das, was ich mache? Ist dann aber schwierig, weil es ja nicht anonym ist und manche Schüler sich dann vielleicht da irgendwie eher zurückhalten. Deswegen kann man das super, sowas gut digital machen. Online-basiert, um mein Tool jetzt auch zu nennen, weil das ja gewünscht ist. Ich nutze zum Beispiel Edkimo, das ist ein Berliner, dass ich das nicht – das ist ein Berliner, Vielen Dank.